Aber wir sind halt ganz klipp und klar im Abstiegskampf. Und dann wollen wir uns zum Nachbericht zum Spiel beim VfL Bochum. Wir fangen an mit den Highlights. Machen wir weiter mit dem Spiel. Ja, komm. Also, was für Highlights bitte. Mein interessanter Startelf-Tipp war doch nicht so übel gewesen. 10 von 11. Klimawitsch war so der Spieler, der sich geändert hat. Kempf war auch auf der Bank. Karasota für eine Innenverteidigung. Vierer Kette. Da auch die Frage, warum Vierer Kette. Also, für mich im Kopf habe ich nur schlechte Erfahrungen an die Vierer Kette. Gerade aus der 2. Liga-Saison mit Rino. Gerade eben diese Phase nach Corona, wo wir, glaube ich, auch Vierer Kette gezockt haben. Das hat irgendwie bei uns nie groß funktioniert. Ich weiß nicht, warum wir da jetzt auf die Idee kam, das nochmal zu versuchen. Wir hatten den ersten Kopfball durch Dinos nach einer Ecke. Sonst war es eigentlich schon Bochums erste Halbzeit. Die haben schon mehr Druck gemacht. Viel über außen auch. Viel Tempo. Da hat es uns wirklich auch vor Probleme gestellt. Gerade auch in Sosa. Eben auch in der Vierer Kette. Als Linksverteidiger kam es schon raus, dass da doch noch defensive Schwächen am Start sind bei ihm. Aber auch die Bochumer hatten auch nichts so richtig Zwingendes. Wenn man ehrlich ist, nichts Hundertprozentiges. Dann war es zwar eh abseits, aber diese absolute Sensationsparade von Müller. Eins gegen eins. Wirklich aus dem Meter oder sowas. Reflex von Müller gegen Polter am kurzen Pfosten. Am Pfostengelenk. Sensationell. Klimovic, Al-Ghadoui und so. Das haben sich noch absolut sinnlos. Und wirklich, obwohl es erste Halbzeit war, vom Gefühl her frustgelbe Karten. Also ganz, ganz wilde Nummer. In der Halbzeitpause kamen dann eben Tommi für Al-Ghadoui, Führig für Klimovic. Das hat es ein bisschen belebt in der zweiten Halbzeit. Führig vor allem auch eine gute Halbzeit. Kann man da sagen. Gutes Debüt. Vor allem eine sehr, sehr schöne Ballbehandlung. Finde ich eine sehr ordentliche Technik. Und eben auch Zug zum Tor. Aber auch hier im Offenspielspiel wieder gemerkt, dass uns ein Förster fehlt. Ganz klare Geschichte. Und auch schade ist der wahrscheinlich auch gegen Hoffenheim weiter ausfallen wird mit dem Effekt. Mit dem können wir wohl, so liest man es zumindest, erst wieder nach der Länderspielpause rechnen. Also das tut schon weh. Wir treffen in der 55. Führig, klöpft nach Ecke auf Mafropanus, legt ihn ab. Und ja, der macht ihn wieder eiskalt. Nehmt ihn an. Und dann so, ja, Halbvolley-mäßig oder so. Letzten einmal auftitschen und klatscht ihn rein aus 5, 6 Metern. Aber leider VAR. Also nach der Regel ist es wohl richtig. Ich fand es schade, auch im Stream geraged. Logische Geschichte. Irgendwelche Ärmelregeln. Schieß mich tot gab es. Und manche sprechen von der Bizepshöhe, wo der Ball ankam. Also, ja, keine Ahnung. Regelwerk und so weiter. Schwieriges Thema. Ist mir auch wirklich zu lästig. Ich finde schade, dass so Dinger abgepfiffen werden. Aber ist nun einfach so. Das Spiel war generell ziemlich hektisch. Hab mal wieder gestreamt. Hab auch gemerkt, gut, kommentieren ist ein bisschen schwieriger bei dem Spiel. Hat aber trotzdem sehr, sehr Bock gemacht. Das Spiel muss ich wieder ehrlich sagen. Weiterhin auch ganz klar keine großklaren Chancen. In der zweiten Halbzeit auch nicht. Du hattest was von Löwen, Polter mit dem Kopffall war es, glaube ich. Mamusch aufs kurze Eck drüber gejagt. Alles so Halbliebiges. Aber man hatte auch nicht, das ganze Spiel eigentlich, keine Chance. Wenn man sagen würde, da muss jetzt ein Tor fallen. Weil einfach am Ende meist auch von Bochum irgendwelche Überzahlsituationen nicht gut ausgespielt wurden. Und damit geht am Ende des Tages ein sehr umkämpftes, aber auch wirklich nicht gutes Bundesligaspiel zu Ende. Ein 0-0 in Bochum, das vom Anspruch her, Klassenerhaltens so, zu wenig ist. Das ist ein Spiel, das darfst du, musst du gewinnen, wie man es auslegen will. Aber nach dem Spielverlauf nehmen wir es eher mit als Bochum. Bochum hatte eben das Heimspiel auf ihrer Seite und auch mehr vom Spiel. Also wenn jemand das Spiel hätte gewinnen müssen, nach dem Spielverlauf, dann wäre es eher Bochum gewesen, als wir. So traurig es ist. Und das erste Mal ein 0-0 seit dem 30. Spieltag in der 2. Liga. Damals gegen Osnabrück zu Hause, ohne Zuschauer. Und das Spiel wurde auch von den Leuten nüchtern hingenommen, von Malerazzo und Co. Es ist ein bisschen schön sauf mit diesem, wir haben die 0 gehalten, das tut gut. Es stimmt bestimmt auch, aber ein bisschen das Suchen nach etwas Positivem aus dem Spiel. Also ich bleibe dabei, wir müssen jetzt nicht übertreiben oder so. Wir sind noch nicht abgestiegen, whatever. Wir müssen uns nicht als Absteiger jetzt deklarieren. Aber wir sind halt ganz klipp und klar im Abstiegskampf. Tabellarisch bringen uns das fünfte sieglose Spiel in Folge in der Liga auf Platz 13. Fünf Punkte aus sechs Spielen. Wir sind punktgleich mit Frankfurt und Augsburg. Die sind unter uns noch und eben auch Bielefeld und Bochum. Auch unter uns haben beide vier Punkte und eben vierteletzter Platz mit einem Punkt über uns die Hertha. Mit sechs Punkten Gladbach-Leipzig haben beide sieben. Und der nächste Gegner Hoffenheim, acht Punkte. Also wenn wir gegen die gewinnen, können wir gleichziehen mit Hoffenheim. Die nächsten Gegner für Bochum sind RB Leipzig auswärts. An der Länderspielpause, wie gesagt, dann das wichtige Spiel für die auswärts bei Fürth. Und dann zu Hause gegen Frankfurt. Unsere nächsten Gegner, wie gesagt, Hoffenheim, was auch sehr, sehr wichtig ist für uns. Weil das hat auch das Spiel nochmal gebracht. Vor den zwei Spielen habe ich gesagt, vier Punkte musst du da nicht mitnehmen. Und jetzt hast du einen Punkt aus Bochum mitgenommen. Also das heißt, jetzt musst du oder darfst du, wie auch immer, gegen Hoffenheim sehr, sehr gerne mal wieder einen Heimsieg einfahren. Oder generell wieder einen Bundesliga-Sieg einfahren. Dann eben, wie gesagt, die Pause und dann Gladbach auswärts und Union zu Hause. Was ich interessant fand, wie du auf Twitter hat es jemand nochmal genau ausgerechnet. Und verglich mit der letzten Saison der Saisonstart. Weil eben, um es auch nicht wieder alles kommt, runter zu jagen. Aber auch, um nichts hochzuloben oder schön zu saufen. Das ist so gerade dieser halbe Stand. Nach 17,6% der Spiele haben wir 12,5% der 40-Punkte-Marke erreicht. Letztes Jahr war es im jetzigen Stand 22,5%. Aber man muss jetzt sagen, dass damals auch schlechtere Gegner waren. Wir haben jetzt Bochum und Fürth als Aufsteiger. International haben wir Leipzig, Leverkusen und auch die Frankfurter gehabt. Und ebenso Mittelfeldding mit Freiburg dieses Jahr. Letztes Jahr hatten wir vier Stück aus dem, am Ende des Saisortabellenkeller. Also Mainz, Köln, Schalke und auch die Hertha. Und dann eben international, Bayer Leverkusen gehabt, nur Mittelfeld, Freiburg. Das war ein einfaches Programm zum Start. Deswegen hat man da auch mehr Punkte gesammelt. So, deswegen, gerade eine schwierige Situation. Läuft nicht so flüssig, aber man darf jetzt auch nichts irgendwie zu verdramatisieren, wenn es das Wort gibt. Es ist natürlich auch hier wieder recht schwierig, da jetzt groß von einem Man of the Match zu sprechen. In einem Spiel, mit dem du einfach nicht zufrieden sein kannst. Aber habe eben nun auch das Ausstellung eines Streams, auch aus dem Stream-Chat, ja, die Einschätzung mitgenommen und drei Spiele zusammengebracht. Also wie immer Voting und Community-Tab, ihr wisst Bescheid. Und natürlich Weinung zum Spiel, Weinung zum Man of the Match und so weiter ab in die Kommentare. Was man natürlich auch hier nennen muss im Man of the Match, ist eben die Leute, die auch ein bisschen dafür verantwortlich waren, dass wir wenigstens so einen halben, auch wenn es ein bisschen schön saufen ist, so einen halben, guten Grund haben, den wir aus dem Spiel rausnehmen. Wir nehmen eben diese gehaltene Null, das tun wir eben mit Müller, den alles gehalten hat, was es halt zu halten gab, sonst stände er die Null nicht, plus eben diese starke Parade, trotz Abseits. Dinos eben, der, ja, ganz verschieden gewertet wurde. Also von Football packt ihn sogar an die Elf des Spieltags von denen. Er hat irgendwie 80% gewonnen in Zweikämpfe und so weiter. Kicker gibt ihm eine 5. Also ich fand ihn auch auffällig hinten aus der Verteidigung raus. Dazu eben das Tor und, ja, so packt er es jetzt auch schon ins Man of the Match. Und eben ein bisschen Lichtblick, ohne dass man jetzt, ähnlich wie beim Mamosch-Debüt in Frankfurt damals, ohne ihn jetzt groß überhypen zu wollen, überbewerten zu wollen nach 45 Minuten zweiter Halbzeit, war eben führig. Habt ihr, glaube ich, erwartet. Der wirklich sehr, sehr erfrischend war. Wie gesagt, sehr schöne Technik, sehr viel Zug zum Tor. Also den erwarte ich und erhoffe ich mir auch so ein bisschen dann in der Startelf gegen Hoffenheim. Kommen wir zu den Tweets of the Match. Also, diese Scheiße aus der zweiten Reihe, obwohl zwei weitere Spiele besser positioniert sind, dein Scheiß Ernst, Roberto. Auch schön hier im Caps-Log alles groß geschrieben, gefällt mir. Weil habt ihr im Stream auch, glaube ich, im Stream heißt, da bin ich auch mit drin. Da bin ich ausgetickt, weil sowas muss man einfach besser ausspielen. Wenn man so Halbchancen hast, wenigstens, wenn du sowieso schon kein richtiges Offensivspiel hast in Bochum, dann musst du sowas gescheiter ausspielen. Das hat mich auch extrem, extrem gefuchst. Wir bleiben bei Offensivspielen, nämlich wie kann man jemanden so krass vermissen, wie ich dich in diesem Scheiß Augenblick. Mit Kalajic, da kannst du auch ein Silas-Bild nehmen, du kannst tatsächlich auch ein Förster-Bild nehmen. Offensiv ist es das gerade nicht. Da fehlen uns die Leute ganz klipp und klar. Mittlerweile wird es halt auch ein bisschen letztlich zu sagen, ja, wir haben Verletzungspech und sowas. Es ist immer noch da, klar, aber man hätte jetzt zumindest mal ein paar Spiele gehabt, um zu gucken, wie man die irgendwie richtig ersetzt bekommt. Aber wir kriegen es gerade offensichtlich nicht 100% hin, die es übersetzen. Was natürlich auch extrem schwer ist. Es ist jetzt kein riesen Vorwurf da, dass jetzt nicht der nächste 18-Jährige die Leute da ersetzt. So soll ich es auch nicht bewerten. Aber ganz klar, die Kollegen werden vermisst im Offensivspiel. Und dann passt zu seinem Namen, Sirius, wir halten die Liga, alles andere ist egal. Ganz, ganz trocken, ganz faktisch, weil darum geht es. Klassenerhalt, wir sind aktuell im Abstiegskampf, werden da glaube ich auch noch mehr, wie auch vor der Saison gesagt hat, noch mehr im Abstiegskampf drinstecken. Als wir letztes Jahr waren, glaube ich einfach, auch mit den Verletzungen ist gerade noch dazu, was ja in der Saisonbogus auch noch nicht ganz klar war. Deswegen stimme ich dem Tweet volle Kanne zu. Einfach Liga halten ist das absolute Mindestziel und das ist zu erreichen. Und dann war es das mit dem Nachbericht zur absoluten Nullnummer in Bochum. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.